Der gestrige Auftakt zur Fußballmeisterschaft hatte es in sich. Der Meister gibt einen Punkt ab, Sturm Graz und Austria-Wien feiern klare Siege und Aufsteiger Ried schlägt Rapid. Trotzdem gab es nachher eine Rücktrittsdrohung des Ried-Trainers. Nach schwerem Fehler von Gugi erzielt Mraz das 2 zu 0 für Ried gegen Rekordmeister Rapid. Endstand 2 zu 1, beim Debüt in der ersten Division feiert Ried gleich den ersten Sieg. In den Jubel mischen sich erstaunlich kritische Töne von Ried-Trainer Reutinger. Wenn in den nächsten 14 Tagen nicht zwei Spieler kommen, dann trete ich zurück. Tierisches im Horststadion. Ein Hase erlebt beim